Dinger wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass Worte einen Geschmack besäßen, aber dieses Fahrscheinkontrolle schmeckte nach Rostblumen und prackigem Regenwasser. Lässig holte er seine Brieftasche hervor, um die Monatskarte der Wiener Linien herauszufischen. Er öffnete das Portemonnaie, griff nach dem Fahrschein. Nichts. Da war Geld, die zerfledderte Kopie seines Reisepasses, aber keine Monatskarte. Dinger spürte, wie sein Herz drei Gänge hinaufschaltete, seine Schweißdrüsen zu arbeiten begannen. Elvira, seine Frau hatte sich gestern die Karte ausgeborgt und augenscheinlich vergessen, sie zurückzugeben. Das Malte-Dinger-Universum schrumpfte auf diese Monatskarte zusammen. Er musste so verzweifelt reingesehen haben, dass die Kontrolleure, jenes blondierte Duo mit der schlammgrünen Anglerkleidung, sofort und mit dem geschulten Blick hunderttausender Überprüfungen den Schwarzfahrer erkannten. Was ist? Extraeinladung? Der Mann verschränkte die Arme, hob das Kinn und sah aus wie ein aus der Form geratener Schlagersänger, der sein Publikum fragte, ob er die Konzerthalle gleich oder erst bei der Zugabe in die Luft jagen solle. Dinger brachte kein Wort heraus. »Keine Tanzkommens«, sagte der aufgepumpte Mensch mit sanfter Stimme in breitem Wienerisch. Auf dem Ausweis, der um seinen Hals baumelte, konnte Malte den Namen Walter Hirm lesen. »Ich, äh, das heißt, äh, bitte«, Dinger rang um Worte, überlegte, ob er einen Ausländer spielen sollte, der nicht verstand, äh, zu spät. Er wollte lächeln, immer dieses sich klein fühlen vor Autoritätspersonen, und stieg, kommens, mit den beiden Bratwürsten aus. Die Station Rathaus, diesmal graue Schinkenwürfel, war fast menschenleer. »Kein Fahrschein macht 103 Euro«, raspelte die Dame mit Reibeisenstimme. Auf ihrem Ausweis stand Brigitte Zizivarek. »Hirm und Zizivarek«, hört sich nach dem Refrain eines tschechischen Kinderliedes an. »Ich besitze eine Monatskarte, es ist nur so, meine Frau, Elvira.« »Was glauben Sie, wie viele Ausreden wir täglich hören?« »Und wissen Sie, was wir davon halten? Volksschädlinge.« »Aber ich, äh, es stimmt wirklich.« »Volksschädling«, ist ein Nazi-Wort, aber sag jetzt nichts, seit die neue Regierung im Amt ist, sind solche Ausdrücke wieder salonfähig, allerdings nur in Bezug auf Moslems. Ständig heißt es, der Koran sei »Mohameds mein Kampf«, Muslime besäßen die Lizenz zum Lügen, wenn es der Verbreitung des Glaubens diene, und wenn wir uns nicht zur Wehr setzten, würden sie uns vernichten. »Aber jetzt gibt es ja Limes, die Partei zur Bekämpfung dieser Volksschädlinge.« Der Muskelprotz lächelte. »Bezahlen Sie gleich oder mit Erlagschein?« »Gleich«, kein Grund zur Panik, beim Schwarzfahren erwischt, unnötigerweise eine Strafe bezahlt, Schuld ist Elvira, aber es gibt Schlimmeres, eine Krebsdiagnose oder wenn Carwin etwas zustieße, undenkbar. Dinger griff nach seiner Brieftasche und wusste, es waren zweihundert Euro drinnen. Doch als er sie öffnete, fuhr es wie ein Blitz in ihn. Sie enthielt nur noch einen Schein. Hundert Euro waren in der Schule geblieben, Carwins Schulmilch, weil selbst ein von Sauriern protegierter Knabe Kalzium und Eiweiß brauchte. Die Lehrerin hatte gefragt, ob er den Jahresbetrag gleich bezahlen oder überweisen wolle. Gleich, hatte er gesagt, und jetzt, jetzt hatte er den Salat. »Mir fehlen drei Euro.« »Also mit Erlagschein.« »Die drei Euro können Sie mir nicht erlassen? Ich besitze eine Monatskarte, kann man das nicht überprüfen?« Dinger lächelte. Er hatte noch nie Probleme mit Autoritäten gehabt, wusste, wenn man die Amtsgewalt akzeptierte und sich subaltern verhielt, gab es in Österreich immer ein Hintertürchen, ein Augen zu drücken und durchwinken. Deshalb liebte er Wien. Hier ließ sich alles amikal regeln. Man musste den Beamten nur zeigen, dass man einer von ihnen war, kein Schnösel. »Na ja.« Der Muskelprotz kratzte sich am Ohrläppchen. »Kommen Sie, ich geb Ihnen den Hunderter und wir vergessen die Geschichte.« »Ich habe alles bereits eingegeben«, widersprach die Zizi Wareck und zeigte auf das Display ihres schwarzen Kastens, ein Gerät, wie es Kellner, Schaffner und Parkscheriffs verwendeten. »Leider«, zuckte Hirn die Achseln, »wenn die Chefin sagt, es geht nicht.« »Dann löschen Sie es wieder, Frau Chefin.« »Unmöglich«, der blondierte Koloss verneinte. »Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Versicherungsnummer«, ratterte es aus der Zizi Wareck hervor. »Paul Glücksmann, Anwaltsubstitut, Tendlergasse 12, 9. Bezirk, Wiener Gebietskrankenkasse 62 34 060 3 84«, gab er einen Fantasienamen und die Adresse eines Studentenheimes an, in dem er einmal gewohnt hatte. »Fake News kann ich auch.« Er bemühte sich, ein ehrliches Gesicht zu machen, fürchtete aber zu erröten. »Sie haben sicher einen Ausweis, der das bestätigt«, meinte die Dame. »Ausweis? Hören Sie, ich habe meinen Sohn zur Schule gebracht und nicht damit gerechnet. Jetzt reicht es«, schickte sich Dinger an, die beiden einfach stehen zu lassen. »Dageblieben, Freundchen.« »Was fällt Ihnen ein? Sie haben kein Recht, mich festzuhalten.« »Dürfen wir durchaus«, sagte die Chefin, und ehe Dinger sich versah, hatte sie seinen Arm gepackt. »Wir haben das Recht, sie bis zur Feststellung ihrer Identität anzuhalten.« »Ich habe Ihnen alles gesagt«, Malte spürte eine Welle unsagbarer Wut aufsteigen. »Wir gehen jetzt zur Polizei und sehen im Melderegister nach.« Die beiden zerrten in Richtung Ausgang. »Lassen Sie los! Wir gehen zum nächsten Bankomat, dort hebe ich drei Euro ab, damit diese lächerliche Episode ein Ende findet«, Dinger lächelte. »Klingt vernünftig«, brummte der Muskelmann, ohne Maltes Arm loszulassen. So verließen sie die U-Bahn-Station, Dinger eingeklemmt zwischen diesen Bullen und hielten nach einem Geldautomaten Ausschau, dort drüben. Als Dinger seine Bankomatkarte herausholte, wurde sie ihm »Hey« von der Walküre aus der Hand gerissen. »Paul Glücksmann also«, sie las den Namen und lächelte. »Das gibt eine Anzeige wegen falscher Personalangaben. Herr Dinger.« »Ist das jüdisch?« »Nein, ich...« »Wenn Sie sich kooperativ verhalten, können wir davon Abstand nehmen.« Noch immer war Hirn der Freundlichere. »Können wir nicht«, Zizi Wareck war unerbittlich. »Dinger. Sicher ist das jüdisch, sowas habe ich im Urin.« »Ist es nicht, Sie Rassistin?« »Ich habe nichts gegen Juden, im Gegenteil. Die lassen sich aber eigentlich nicht beim Schwarzfahren erwischen, aber kein Wunder, von denen hat jeder einen Cousin der Hochfinanz drüben in Amerika.« »Was sie so weich aussprach wie ein Burgerbrötchen von McDonalds. Amerika!« Dinger fühlte seinen Puls. Nilpferd. Steckte die Bankomatkarte in den Schlitz, tippte seinen Code und zehn Euro einsah. Gleich ist die Sache aus der Welt. Einen Augenblick später, als Transaktion abgebrochen auf dem Display erschien, war er wie vor den Kopf gestoßen. Malte wusste sofort, weshalb. Vorgestern war er mit Elvira in einem Möbelhaus gewesen, hatte ein Hochbett und einen ergonomischen Schreibtisch für Carwin mit der Bankomatkarte bezahlt. Zum Schuleintritt, Elviras Ansicht, brauchte der Sprössling ein neues Kinderzimmer, oder soll er auf dem Wickeltisch die Hausübungen machen? 800 Euro. Kein Vermögen, aber sein Wochenlimit. Behebungsobergrenze, damit im Falle eines Diebstahls das Konto nicht geplündert wurde und nun Transaktion abgebrochen. Ich, ähm, ich muss meinen Bankberater anrufen, damit er das Limit hinaufsetzt. Keine Panik, lächle. Wir haben nämlich Möbel für unser Kind gekauft. Hochbett, Schreibtisch. Dinger blickte in genervte Gesichter, holte sein Handy hervor, suchte den Namen seines Bankbetreuers, Michael Moldovan, und war froh, als er nach nur einem Tuten die vertraute Stimme hörte. Auch Moldovan schien erfreut. »Herr Dinger, was verschafft mir das Vergnügen?« »Was wohl? Transaktion abgebrochen!« Malte erklärte seine Situation, und der Bankmensch meinte, das sei kein Problem, allerdings dauerte es ein paar Stunden, bis die neue Behebungsobergrenze im System sei. Läßt sich das beschleunigen? Leider das System. Moldovan bedauerte, hoffte aber, ihn bald zu sehen, es gäbe da günstige Hedgefonds wertgesichert. »Scheiße!« Dinger legte auf und blickte die beiden Kontrolleure verzweifelt an. »Kommen Sie, ich lad Sie in mein Lokal ein, das Dingers, und wir vergessen die Geschichte. Mögen Sie Gin? Haben Sie schon einmal einen By Sea, By Land getrunken? Mit Lachs-Gin, Heuessenz, Wermut und Olivenerde?« »Olivenerde?« Hirn rollte mit den Augen. »Ich halte fest, versuchte Beamtenbestechung!« Zizi Wareck verschränkte ihre Arme. »Das war eine Einladung!« »Sie können mit Kreditkarte bezahlen.« Der Muskelmann war noch immer freundlich. »Hab ich nicht.« »Wirklich?« Die Walküre sahen ungläubig an. »Ein Jude, der keine Kreditkarte besitzt, ist wie eine Gabel ohne Zacken.« Tatsächlich hatte Dinger seine Mastercard gerade gekündigt und eine Visa beantragt. »Dann bleibt nur die Wachstube, Herr Dinger«, sagte die Walküre. »Müß man Sie wegen versuchten Betruges anzeigen.« »Was? Wachstube? Wieso Betrug? Falsche Personaldaten? Ihre Führung der Behörden?« »Bitte, mir fehlen drei Euro.« »Nur keine Panik, ruhig bleiben, mit tiefer Stimme sprechen.« »Drei lächerliche Euro!« Malte wandte sich an den erstbesten Passanten, einen Herrn mit Lodencape, Filzhutsamt, grüner Kordel, Trachtenschuhe und Elektrozigarette im Mund. »Entschuldigung, ich brauche drei Euro, weil ich meine Monatskarte vergessen habe und jetzt wegen Schwarzfahren belangt werde. Bitte!« Der Mann beachtete ihn nicht, marschierte weiter, als hätte er nichts gehört. »Bitte, jeder Zug an Ihrer E-Zigarette kostet mehr.« Nichts.